Zur Version 27 wurde der Bereich Attribute im 2D modernisiert. So finde ich unter Aktivieren Attribut, Name, neu eine Scrollbar. Das heisst, ich muss nicht mehr nächste Seite oder vorherige Seite blättern. Ich kann die ganze Liste durchscrollen. Wir finden oben einen Plus All oder Minus All Button, um alles zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dabei wird alles im gleichen Layer oder bei Multilayer im gleichen Maßstab aktiviert. Für die Verwaltung der Attribute finden wir unter Einstellungen, Liste der Attribute, den gleichen Dialog wie im 3D. Auch hier können wir Favoriten bestimmen, Schreibfehler korrigieren oder unbenutzte Einträge löschen. Des Weiteren können nun weitere Attribute eines aktiven Elements angezeigt werden. Sobald ich mit der Maus unten rechts auf den Namen fahre und stehen bleibe, öffnet eine Bubble Help mit den zusätzlichen Attributen Bemerkung, EDV Code und User 1 bis User 10.